Wir kamen aus dem Untergrund und schafften es nach ganz hohem. Wir haben es geschafft. Die Fetten haben fette Inhalte zurückgebracht in die Politik. Dass die Kinder auch die Chance haben, fett zu werden. Wir wurden nicht als die Fetten geboren. Aber dann kam einer der größten Glücksmomente unseres Landes. Die Fettnis. Die Fetten treten ein für bedingungsloses Fresseinkommen und Steuerfreiheit für Fett. Wir setzen uns für fette Inhalte ein. Im direkten Dialog mit den Bürgern auf der Straße. Dass Fette nicht mehr diskriminiert werden, dass halt auch jeder eine Chance hat, fett zu werden. Die Fetten sind nicht von gestern. Darum machen wir uns stark für ein fettes Internet. Genau. Das Internet ist frei. Das Internet muss wieder in fetter Hand überführt werden. Wir sind auch gegen die Abhängigkeit von Banken. Denn jeder Bürger sollte seine eigene Bank sein und von dem eingezahlten Geld etwas essen. Gemeinsam können wir viel erreichen. Wir alle zusammen. Wir haben die Fettnis. Wir haben es geschafft. Und du kannst das auch. Bewirb dich jetzt als YouTube-Kanzler. Auch du kannst es ganz nach oben schaffen. Denn auch wir haben es geschafft. Wir haben die Fettnis. Und du hast die Macht. Bewirb dich jetzt mit deinem Wahlwerbespot. Und überzeuge uns in maximal 100 Sekunden, dass du der absolute und vor allen Dingen erste YouTube-Kanzler bist.